Okay, hier herrscht jetzt Chaos. Wir machen das noch einmal. In der Hoffnung, dass wir das dieses Mal schaffen. So, wir brauchen wieder Taubnado. Da sind wieder viele. Autsch. Ja, das funktioniert noch nicht. Ja, und wieder die Polizei. So, dann machen wir das vielleicht. Äh, ich glaube, mit Taubnado funktioniert das am besten immer noch. Ja, warte, ich habe eine Idee. Und wenn die hier sind. Ja, so machen wir das. Ja, wir haben das getan. Alter, wie geil. So machen wir das. So haben wir das geschafft. War ein bisschen tricky, aber wir haben das geschafft. Okay, nice. Das heißt, dann können wir jetzt mal zur Hauptquest gehen. Wir haben jetzt alle Nebenmissionen jetzt, glaube ich, erfüllt. Also, das sind die einzigen Nebenmissionen, die wir noch offen haben. Da haben wir noch eins, zwei, drei, vier. Vier haben wir noch davon. Also, hatten wir einen schon gemacht gehabt, irgendwo. Und wir haben hier Holz. Den wollen wir nicht. Den vermisst keiner. So, dann hier nochmal gucken. Lecker Brot. Ein bisschen was fürs Essen tun. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Ja, genau. So, da haben wir Alex. Kommissaren Alex. Ja, komm. Gehen wir rein. Ja, kann ich dir helfen? Technische Inspektion. Wir müssen dein Untergrund-Ventilationssystem beobachten. Ich bin entspricht. Ich bin entspricht. Ich habe keine Inspektionen für heute. Weil es nicht planiert. Wir haben eine Warte. Ich bin Inspektor Alex von der Bumsville-Polizei-Departement. Oh, Inspektor. Ja, natürlich. Bitte, komm in. Das ist das. Ja, ich bin in der Bumsville-Polizei-Departement. Ich bin in der Bumsville-Polizei-Departement. Ich bin in der Bumsville-Polizei-Departement. Good. Also, just between you and me, I don't mind a little bit of messing with my business. Is there any other way? Um. I think I may have to question you about those company policies. Why not let the technician do his work while we stay here and have a little chat? Uh-huh. Um. Ja. Okay. Wo müssen wir hin? Hier nicht. Okay. Alter, sind die widerlich. Wo muss ich hin? Na jetzt ernsthaft, wo muss ich hin? Wo? Oh, so. We're in. Time to place those tracking devices on the vents. Also, let's keep our eyes open for my body while we're at it. Yeah, yeah, add your brain. Oh, one more thing, pal. This place is heavily monitored. Remember that we're undercover, so play it nice. We don't want the security to kick us out. Okay, ready? Let's go. Warum hat er eine Cappy auf einmal auf? So, okay. Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Ja, super computer. Wieso ist das so dreckig? Burgerbox. You need to find a key to open the door. Ah, okay. Wir brauchen jetzt mal einen Schlüssel dafür. Ja, die lassen wir mal liegen. Ja, das lassen wir auch mal. Ersten haben wir. Wo kommt der nächste hin? Wahrscheinlich hier irgendwo. Ja, ich gehe mal aus von hier. Wo ist denn der dritte? Wo finden wir den? Wahrscheinlich da oben irgendwo. Oder hier, äh. Plätze irgendwo. Nee, hier ist keins. Gibt es hier noch irgendwo einen Raum? Nee, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ja, wir nehmen uns den einfach. Genau. Da muss der hin. Ich denke, das war der letzte. Verdammt! Es scheint, mein Körper ist nicht mehr zu finden. Oh, gut. Ich denke, das war das. Wir haben nur noch einen Plan. Ähm, äh, 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 äh. Nachdem wir sie nachdem, nachdem wir die Maschine zu holen. Das heißt, ich glaube, es ist schon Abendessen. Hotdogge, komm und holen! Warte, das ist nicht unser normales Essen. Ah, dein Boss reduziert das Essen. Oh, typisch Mr. Bones. Ich habe, dass die Bones kaputt sind, oder die Wiener sind von wunderschönlichem Qualität. Wie schreien Sie, dass sie zumindest 30% sind. Oh, oh! Die Karte! Hey, da, Freund! Ich sollte euch wissen, dass keine Kamera gibt in der Karte. Keiner weiß, wenn du jemanden da bist. Ich habe die Karte gefeiert und verabschiede das System des Schraubstums. In dieser Zeit, die Karte kann sein, der letzte Karte zu sein. Ich werde auf meine Weg. Schnell! Okay, wo ist er? Ach, habe ich hier schon. Heimlich Manöver. An der Kontrolltafel. Wo ist denn die? Das darf ich rein hier. Evil Way. Ähm, wo soll die Kontrolltafel sein? Das ist eine Tafel, aber nicht die Kontrolltafel. Oh. Ja, so einfach kann man es einfach wegschieben, genau. So einfach klappt es. Okay, now we just have to wait for Big Bro. He'll come, don't have a cow. Great, so we're stuck here like sitting ducks. Oh, pigeons. I hope your stupid bird comes before. Jetzt geht's los. Hm, okay. Drei Minuten habe ich jetzt Leute verprügeln. Da kommen sie schon. Ah, so da. Ich, äh, bin verblüfft, dass die wirklich von so ein paar Schlägen einfach von K.O. sind. Zwei Schläge. Und das war's. Die Musik ist aber auch super. Warum versucht er mich zu tasern? Da ist der Nixe. Autsch. Was ist denn das? Licht. Das ist einfach nur Licht. Oh, Alter. Okay, pal. Eingepinnt. Toll, muss ich das von vorne machen. Alter, nee, ne? Alles wieder von vorne. Das machen wir diesmal ganz schnell. Hier, den Schlüssel nehmen wir mit. Ich werde bei ihm einiges mitnehmen sollen, äh, für die Gesundheit. Ah, hier ist das immer noch alles kaputt. Hm, dieser hat auch Lasere. Okay, hier kann ich nix machen. Ich denke, das war der letzte. Verdammt. Es scheint, mein Körper ist nicht mehr zu gefunden. Oh, well. Zumindest haben wir versucht. Lass uns einfach mit dem Planen. Ähm, äh, ha. Nichts, ich bin sicher, dass wir ihn finden, nachdem wir die Maschine stören. Ja, kennen wir vorhin. Komm, darüber springen wir auch noch. So, Flüsselkarte. So, und jetzt hier nochmal. So, jetzt ist die Frage, schaffen wir das, die mal hier zu überstehen? Kann ich mich hier verstecken? Nein! Okay, wir müssen vielleicht unsere Gesundheit erstmal ordentlich voll machen. Da, der Eismann. So. Okay, das macht unsere Gesundheit nicht voll. Dann vielleicht der Hotdog. Ja, der Hotdog macht das. Komm, noch ein bisschen. So, wir nehmen noch ein bisschen mehr. Ey! Der Hotdog! Der hat sich aufregt. So, dann muss ich jetzt reiten. So. So, noch einmal. So, den ganzen Kram noch einmal. Jetzt haben wir genug zu füttern hier. So. So, dann müssten wir jetzt dieses mal hoffentlich alles schaffen. Obwohl, anstatt zu boxen, könnten wir auch, äh, hier, Taubnado wieder nutzen. This one has Lasers as well. Taubnado wäre auch super dafür. Oh, well, let's keep going. So. 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 Und das können wir auch nochmal überspringen, weil wir haben das von hinter uns. So. So. Tornado. So. Ne, den machen wir noch so kaputt. Und jetzt wieder so. So. Und weg geht's ab. Wasser. Alter, was? Ne, wir machen wahrscheinlich lieber dann... Ne. Nein. Lass die Taube auf ihn. Schnell. Nicht tasern. Okay. Kann doch nicht sein. Okay. Schön, dass der da runter geht. Komm. Triff ihn doch. Doch. Yo. Wo war denn da? Der? Oder der? Ach komm. Triff ihn doch. Ja. Nein. Weg von mir. Da kommt der Nächste. Komm schon und triff ihn doch. Hm. So, da muss ich jetzt placken. Wer war denn das jetzt mit dem Taser? Ach hier. Ja, nice. Kann noch nicht sein. Jo. So. Noch ein paar Sekunden. Ja. 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 Und. Drei. Zwo. Eins. Ja. Wir haben es geschafft. Okay. Wir sind bereit, zu fliegen. Komm schon. Boah. Geil. Wir haben das geschafft. Drei Minuten nur nicht gehalten. Okay. Jetzt fliegen wir damit weg. In Richtung Sonnenuntergang. Okay. Und was passiert dann jetzt? Und da die riesen Taube. Und da liegt das Ding. Wow. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich meine. Ja. Das glaube ich auch nicht. Ich wusste, dass du es machen würdest. Jetzt müssen wir die Maschine unter Kontrolle haben. Und wir sollten die Maschine verbunden und bereit sein. Und wir müssen nach unten gehen. Und dann können wir einfach mal hier nach oben gehen. wenn das mal hier auch funktioniert so hier ist ja unsere basis und wir haben hier zum glück ein bett dann können wir da pennen gehen so schlafen ja machen wir so werden wir gleich wieder ordentlich hunger haben so ja hunger und durst haben wir wieder ordentlich so verbrauchen so einmal leer gemacht und jetzt noch mal ach so ja ok hätten auch länger pennen können ja ok ja machen wir auch gleich erstmal hier durchsuchen lecker burke nice warte mal wie er noch irgendwas im inventar was wir nicht brauchen wie das hier zum beispiel dann weg und das so dann gehen wir wieder runter war doch hier oder nee wo ging es noch mal hier runter hier genau hier ging es zu den ratten nein ach toll karl komm mal her äh nein das wollte ich nicht ich wollte in dein inventar gucken ja weg damit und und auch damit weg die dinger brauchen wir nicht jo und wie sieht es hier aus das ding steht schon mal wo sind die taube bank ab okay ap Let me guess. You want us to take care of all this. Bingo! Why would I expect anything else? No time to waste, then. Where do we find a replacement for the broken part? I... don't know. What do you mean you don't know? If we're going to do all the dirty work for you, then you should at least give us some intel! It's a rare part. I've never seen anything of such low quality in my entire life. Probably been out of production for decades. Bought used, obviously. I have no idea where to buy another one like it. So, an obsolete, low quality, second hand part. I can only think of a single person who could have such a thing. I think, the clown. Exactly, pal! Mr. Jello! Mr. Jello? The unstable clown who tried to explode my children and myself when we snuck into his junkyard? Uh huh? Sounds good? You know, a giant rag. So, at least you won't try to strap any explosives to you. I wouldn't be so sure about that. Still, he's our best pet. Well, maybe. You could get me an awesome gift while you're there. Like something totally gnarly. You know, a keepsake to remember your buy. Yo, I think she stands for us. One more word and I'll gag you with the spoon. Take a chill pill. I'm out of here. I'll see you later. Okay? I think you should go too. We can discuss the next step after you get that missing part. Here. Take this blueprint. It should give you an idea of what to look for. Good luck. And try not to explode, okay? Yo. Okay. All right. Let's go. Let's go. Yeah. Let's go, Mr. Jello. Maybe he's on purpose last time or if he's just weird. Yeah. Mal gucken, was will... ...what verlangt er jetzt von uns dafür? Or to your tile? So. Oh, am besten. Come. Wo is Carl? Carl, where are you? Da. Then we'll go with him so, over. Okay. Okay. Ah so, wir sind schon dran vorbei. Da ist Mr. Jello. Wo ist denn der Creepy Clown? Da. Ich hab gehört, du hast was bei uns. Ja. Was ist denn? Quote speciifisch. Let's see. Hey, it's your lucky day. You'll get your fight free of charge. Doesn't it make you jolly? Was ist denn kostenlos? Don't you want Mr. Jello to be jolly as well? You bet your ass you don't. And do you know what would turn Mr. Jello into Mr. Jolly? Ah okay, von der großen Sorte. Hm, seine Sprengsätze, die sind dort alles. Unfortunately, that means no explosions or any other kind of highly destructive forces can be used. How about a deal? Make these bugs depart from these parts and I will be partial to parting with this particular part. Uh, 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 huh? Bam, the deal is sealed. Remember? No explosions. Ja, okay, go. I love when we get rewarded for doing stuff that we usually do. On the other hand, I hate being told what I can and cannot do. Ja, komm, Kake. Geh mir rein. Oh, da sind aber, da sind aber viele. Au. Da lebt noch einer. Ah, da sind noch mehr. Au. Wo ist da einer? Ey. Yo. Nein, 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 komm, schnell weg. Alter. Jetzt geht kaputt. Alter. Hör auf. Boah, Alter, hab ich jetzt Angst gehabt. So, was gibt's hier noch so alles? Gibt's ihnen was für mitnehmen? Ja, okay. Alter, nur Sprengsätze. Okay, gehen wir jetzt mal raus. Carl kann diesen Gegenstand nicht aufnehmen. Welchen Gegenstand? Ah, mein Papier. Wow, ich bin Impressant. Hier ist dein Platz frei. Ich habe nur einen von diesen, in Ordnung. Ein Klienter, der Baut hat, war schrecklich, wie du weißt? Wie schrecklich und schrecklich. Ich kann sagen, er war ein Schrecklich. Er hat mir die Schrecklich. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Okay. Wie viele Dinge können Mr. Cello schreien? Aber Mr. Bones schreit. Also habe ich gefragt. Die Worte ist, Mr. Bones schraubt seine Organs und Haut zu den höchsten Bitter. Einfach sagen, dass er sogar die Hände zu den Dämonen in Bezug für die Finanzierung. Für die Finanzierung. Und jetzt ist er bereit, für seine Bruder zu suchen. Der Böse ist wie sie einen Schraubschluss. Also muss er eine Identität sein, an der seine eigenen. Aber wer könnte glauben, dass ich so? Hier, hol mal meine Zufall. Das wird die Rudel ein wenigstens. Möööö?! Wohh! 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 Meine Freunde auch nicht in eine Warehouse voll von Explosives und die Autorität, richtig? Ja! Fantastisch! Jetzt ist es Zeit für dich zu blow und es ist Zeit für Mr. Jello zu cleanen die Messie lefte. Schau dich später! Endlich! Ein Schritt näher zu kommen, um meine Körper zurückzukommen! Yo! Okay! Jetzt geht's! Jetzt müssen wir eben schnell gucken, dass wir wieder bei voller Gesundheit sind. Ja, alles klar, aber erstmal was zu essen finden. So, jetzt brauchen wir wieder normale Mülltonnen. Denn wir haben Hunger. So, hier haben wir eine. Der hat was... Nein! Nein, lassen auch mal. Obwohl, hier! Ja, machen wir über ihn alles voll. Ja! Der hat tagelang auf mich gewartet. Dieser... Diese Bürstchen. Ja gut! Okay! Wir gehen aber jetzt erstmal wieder nach Hause, in unsere Basis. So, am besten hier rum. So ein paar Level haben wir noch, ne? So, achso, hier. Zwei Talentpunkte haben wir zu vergeben. Ähm, was haben wir hier? An allen Bauwerken wird nach dem Ende von Überfällen ein wenig Robustheit wiederhergestellt. Und Verteidigungsbauwerke verursachen mehr Schaden, nehmen wir auch noch. Dann sind da noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Talentpunkte. Maximallevel ist, glaube ich, 30, so wie ich das mitbekommen habe. Unten rechts da, immer wieder, wenn wir ein Level erreichen. Müssen wir schauen, dass wir das vielleicht, äh, mal voll kriegen. So. Na, Dude? So, haben... Karl... Hier hin. So, haben wir was zum Verschrotten? Ne, aber wir haben diesmal mehr als genug Holz. Dann können wir das in der nächsten, äh, im nächsten Stream einfach mal hier reinpacken. Dann würde ich sagen, ich schaue mal, dass wir vielleicht, ähm, ja, zum nächsten Mal, ja, zum nächsten Mal machen wir wirklich dann hier alles fertig und so. So, bauen hier, fangen an, so ein bisschen zu bauen, machen die Story dann weiter auch. Und vielleicht beim nächsten Mal haben wir auch die Story durch. Gucken wir mal, was wir da noch haben. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Achso, der ist leer. Der ist heute schon... Okay. 'sh! . , 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 Oh, ja. Ah! Oof! Haha! You're going down, Crate! You shouldn't have messed with the bugs! Hahaha! Hehehe! I'm hungry! Oh! 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 Oh... Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017